Unser Universum besteht aus drei verschiedenen Chis. Das erste Chi ist das des Himmels, die Energie, die von der Sonne kommt. Das zweite Chi ist das der Erde, die Energie, die aus dem Boden strömt. Und das letzte ist das des Magnetismus, die Energie, die jeder Organismus produziert. Unser Körper macht das? Ja, genau so ist es. Auch wir Menschen produzieren ein magnetisches Feld. Unser Magnetfeld und das der Erde reagieren miteinander und so entsteht Energie. Feng Shui ist eine universelle Methode, sich diese Energien bewusst zu machen, um sie dann im Alltag jederzeit ganz gezielt einsetzen zu können. Dein Eis schmilzt.